So, ich hoffe, das ist eine gute Idee. Oh, Scharfschütze, endlich. Okay, ab in den Tower. Halt, stopp, 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 warum? Ach, scheiße, das ist so ein... Das ist ein Spitter. Na toll, jetzt geht das los. Ach, du Schande. Äh, wie counter ich die Viecher? Ist gut, dass der gerade beschäftigt ist mit der Mauer, dann kann ich ihn abknallen, aber... Okay, wir brauchen hier oben eine Ballista. Ja. Ballista ist hier definitiv nicht verkehrt. Äh, und ein zweites... Ja, okay, können wir uns eh gerade nicht leisten. Steine könnten wir nochmal verkaufen. Gold, 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 Gold. Das Eisen auch nochmal, weil wir jetzt eh plus 15 Eisen haben. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Und wir können jede Menge Sachen reparieren. So, Nahrungsproduktion läuft. Oh, ich könnte hier nochmal die Holzproduktion... Ja, weißt du was? Weißt du was? Wir kurbeln die Holzproduktion nochmal ein bisschen an. Was hätten wir denn hier so? Da haben wir 10, 9, 11... Ja, setzen wir den da hin. Dann brauchen wir hierbei definitiv mehr Soldaten. Ich kann mal spontan einen da rüber schicken. Wood and Stone. Ja, nee, ich kaufe jetzt keinen Wood and Stone. Wir warten, bis es drin ist. So, plus 68 Nahrung. Das mag ich doch. Sowas lese ich gern. Okay, Steine fehlen uns definitiv noch. Für 200 Gold. Alter Schwede. Also, da machst du definitiv kein Geschäft hier. So, stellen wir den mal da hin. Ich hoffe, ich kann dann da das Gold noch abbauen. Wenn nicht, müssen wir das Ding umplatzieren. Meint theoretisch. Und wir brauchen wieder Energie. Kann ich mir nicht leisten, weil er wieder mal alles fehlt. Glückwunsch. So, jetzt können wir aber dann auch das Holz mal verkaufen, wenn es zu viel wird. Oh, 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 oh. Nicht nett. Okay, also drei Soldaten an der Stelle, das ist grenzwertig. Halt, stopp. Was kommt denn da drüben? Da kommen auch wieder so kleine Wellen. Okay. Okay. Alles klar. Ach ja. Das war jetzt total vernachlässigt. Schande über mich. Wir sollten hier die Mauern irgendwie wieder verstärken. Vielleicht sollten wir auch einfach mal Steinmauern draus machen, weil ich glaube, beim nächsten Angriff sind wir so gut wie hin. Aber jetzt fehlt uns das Zeug wieder. Es ist so zum Heulen. Ein Query bauen. Ich kann die Query bauen. Ja, Gold plus 14. Ja, damit. Kann ich sie auch hinstellen? Nee, natürlich nicht. Fischer in meinem Cottage. Kann man hier eh nirgendwo mehr hinstellen, denke ich, ne? Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Äh, uah. Ja, zieht euch zurück. Okay, wir brauchen hier unten definitiv auch noch mindestens ein oder zwei Soldaten mehr. Ich brauche grundsätzlich mehr Soldaten. Also das ist hier momentan nicht so geil. So, eigentlich, ja, wir sind schon bei einer Stunde. Ich sollte eine Aufnahmepause machen. Für heute zumindest, ausnahmsweise. So, in Ordnung. Was wollten wir jetzt noch hier oben? Lass mich kurz überlegen, was wollte ich hier oben? Können wir so einen Lookout Tower vielleicht bauen? Wo war denn der? Der war hier. Ein Lookout Tower. Wobei, eine Great Ballista wäre mir viel lieber. Vor allem hier oben. Hier ist noch nichts gesaved. Hier ebenfalls nicht. Oh, Mann. Ja, also wir halten uns bis dato relativ gut. Kann ich nochmal ein paar Zelte gerade aufrüsten? Nee, kann ich nicht, weil die Energie fehlt. Ah, ja, siehste Energie. Dafür brauchen wir Gold und Arbeiter. Hunderarbeiter haben wir nicht. Das heißt, die Ballista müsste mal ganz kurz weg. Haben wir dann... Wir haben zwei Arbeiter. Das heißt, ich müsste hier dieses Stone-Ding ganz kurz... Ach, das ist eh pausiert. Das habe ich ja total vergessen. Ja, dann könnte man eigentlich das Hunter Cottage... Den kann ich auch nicht passieren. Das Holzteil könnte man ganz kurz pausieren. Kann ich jetzt so ein Ding bauen? Jawohl. 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 Stellen wir den... Alter, dieses Hundegebell. Es macht mich ganz wahnsinnig. Ich check nur gerade mal die Minimap. Vor allem, da die Spitter auftauchen und wir hier so offen sind, ist das ja gleich doppelt gefährlich. Ach, da stehen ja auch noch welche rum. Ja, pass mal auf. Dann stellen wir da vier Stück hin. Euch drei. Die schicke ich jetzt mal da hinüber. Wir müssen anfangen, dass wir hier irgendwie diese Viecher dezimieren und da zumachen. Sonst haben wir hier bald ein großes Problem. So, kann ich die Sägemühle jetzt wieder... Ne, wir brauchen vier Werke dafür. Dann rissen wir jetzt nochmal... Oh, ein Großteil der Zelte auf. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Die Dinger scheinen für uns keinen Schaden zu produzieren, im Übrigen. Not enough resources. Okay. Und unsere Einheiten können da durchlaufen. Das finde ich ganz interessant. So, kann ich den jetzt fortsetzen? Jawohl, kann ich. Sehr schön. Können wir dann hier oben nochmal Soldaten ausbilden. So viele als möglich. Als wie? Ich kenne da jemanden, der würde mich jetzt wahrscheinlich erschlagen für diese Wortwahl, weil er die Wortwahl absolut nicht leiden kann. Und ich finde es geil. So. Tesla Tower geht nicht, weil wir kein Geld haben. Hey, also irgendwie... Es ist... Weißt du, dieses klassische, altbackene Problem. Dieses alte, alte Problem bei mir, dass mir permanent das Geld ausgeht, finde ich faszinierend. So, die Stelle hier unten gefällt mir noch gar nicht. Können wir die vielleicht mal irgendwie weiter befestigen? Mit einer zweiten Ballista oder irgendwas? Was? Hm. Müssten wir hier unten generell machen, weil ich habe so eine ganz blöde Befürchtung. Das hier unten ist halt noch unser schwächster Port. Das ist unser Hauptport. Da können wir uns ganz gut halten. Hier sind wir eigentlich so gut wie tot. Wenn sie meinen, sie müssten kommen. Hier ebenfalls. Hier, da rede ich mal gar nicht von. Also, wir haben eigentlich einen Haufen Stellen, wo wir zwingend Verteidigung platzieren sollten. Ich glaube, eine stelle ich jetzt echt mal da hin. Und wir könnten eigentlich gleich nochmal so ein Kraftwerk bauen. So, naja gut, dann fangen wir mal an. Batz, ein Schuss und er ist weg. Okay, Feuer. Stück für Stück vorrücken. Gefährlich wird es nur, sobald hier mehrere kommen. Ja, und jetzt fangen sie auch an zu laufen. Ich weiß nur nicht, wann man so eine Horde triggert, dass sie auf einen zurennen. Da steige ich echt noch nicht dahinter. Wir haben da oben noch zwei Soldaten. Also zwei Ranger. Dann schicke ich mal noch zwei Soldaten da rauf. Sicher ist sicher. Oh, oh, oh. Das war sehr gut. So, in Ordnung. Können wir hier mal anfangen, Mauern zu bauen gerade? Ne, können wir nicht. Wir brauchen einen Tesla Tower. Halt, 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 halt. Jetzt komme ich durcheinander. Wir brauchen Gold. Okay. Gold heißt, erstmal anderes Zeug verkaufen. Alles klar. So, dann Tesla Tower. Ach, der kostet uns 200 Gold. Ja, Holz verkaufen lohnt sich überhaupt nicht. Also, seien sie mal da mal nicht böse. Aber das ist, äh, fast... Alles kostet in diesem Spiel Gold. Aber was wollen denn die? Dass die Menschen überhaupt noch an einer Währung festhalten, ist fast schon ein bisschen lächerlich. In Anbetracht dieser Zeiten. Ja, aber so geht's eigentlich ganz gut. Vor allem, wenn man die Leute einfach machen lässt, anstatt so wie ich immer einen Angriffsbefehl zu geben. Ich hoffe nur, dass hier kein Splitter dabei ist. Okay, funktioniert. So, können wir jetzt dann mal noch ein Kraftwerk bauen. Das setze ich hier gleich hin, oder? Da eins. Kann ich noch irgendwo eins bauen? Not enough resources. Okay. Dann, als nächstes... Lookout Tower irgendwo wäre nicht verkehrt. Da haben wir bereits einen. Hier wäre vielleicht einer nicht schlecht. Dass wir sehen, was die Untensache ist. Dann können wir das Eisen nochmal verkaufen. Oder sollen wir erst nochmal... Also, Daten ausbilden ist nicht. Haben wir noch irgendwo Zelte oder so? Ja, da oben. Fünf Stück. Kann ich eh nicht aufrüsten. Ja, okay. Ach, ich brauche einen Worker wieder. Äh... 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 Reporting for duty. Einfach nur mal in weiser Voraussicht und wir könnten... Ah ja, warte mal. Schicken wir die mal gerade weg. Die Ballista, die hält ja auch nicht allzu viel oder allzu lange. Das heißt, wir könnten... Für den Fall, dass sie hier durchbrechen und die Ballista zerstören, sind sie nämlich hier drin gefangen. Dann kommen sie da nicht allzu schnell durch. Hier brauchen wir auch noch Soldaten. Kann ich hier noch welche ausbilden? Nee, natürlich nicht. Shit. Wir brauchen hier unten definitiv mehr Infanteristen. Haben wir hier noch irgendwas rumstehen zwischen den Gebäuden? Nee. Okay. Aber wir brauchen auch wieder Energie. So, dem geht es wieder gut da oben. Also, ich glaube, die Splitter kannst du tatsächlich mit den Ballistas kontern. Und wir sollten jetzt langsam mal gucken, dass wir diesen Stone Workshop bauen. Dafür brauchen wir 15 Worker. Oh, weh. Kann ich die aufrüsten? Nein, wir brauchen mehr... Was? Nahrung? Oh, Tatsache. Wir brauchen mehr Nahrung. Äh. Okay. 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 Was bist denn du? Du bist ein Hunter Cottage, ne? Das lassen wir mal stehen. Da würde es 40 produzieren. 24. 38. 36. Ja, 40 ist tatsächlich das meiste, was wir da rausholen. Hätten wir da nochmal eine Farm. Okay, wir müssen schauen, dass wir uns die Flächen hier irgendwie erobern. Kann ich da einen Tesla Tower gerade mal bauen? Yo. Wir könnten ja hier noch eine Mauer ziehen. Das heißt aber auch, dass wir da oben wieder Infanteristen brauchen. Die draußen aufräumen. So, ich schmeiße hier gerade mal ein paar Jungs raus. Die sollen wir da hochwandern und da oben aufräumen. So, Tatsache ist wieder traint. Vor allem, ich habe irgendwie die Befürchtung, es wird nicht mal allzu lang dauern, bis der nächste Angriff kommt. Und ich habe hier immer noch nicht zugebaut. Es ist furchtbar. So, okay. Und wir brauchen definitiv noch mehr Nahrung. Ach nee, da wird eh gleich noch ein Ding produziert. Okay. Ist das hier eigentlich Gold oder Stein? Ich glaube, das ist Stein. Farm is completed. Nice. Okay. Okay, ihr rückt da hin vor. Oh Mann, oh Mann. Alter, was ist denn das da unten? Oh, fuhr. Okay, okay. Ich will da unten so viele Soldaten wie möglich haben. Weil wir wissen ja, bei einem Hordenangriff werden die mitgetriggert. Also das definitiv, das weiß ich. Aber ich habe hier noch gar kein Doppeltor gebaut. Das ist eine ungesunde Idee. Überhaupt sind hier die Mauern alle einzeln gesetzt. Auch sehr ungesund. Ich könnte eigentlich hier auch aufmachen, oder? Eigentlich könnte ich hier auf... Ja, wobei, nee, sie kommen nicht durch, weil hier alles blockiert ist. Das war sehr, sehr clever gebaut von mir. Gebe ich zu. Nein, es geht nicht. Not enough resources. Once again. Da haben wir auch nicht. Ja, es fehlt das Gold. Aber... Wir können diesen hier machen. Das ganze Eisen verkaufen. Und dann bauen wir einfach nochmal ein paar Cottages. Cottage, cottage, cottage. Cottage is necessary. Okay.